hallo und willkommen bei whisky waiter so heute war das artbag event beim brüller whisky house und der jeremy und ich haben teilgenommen hatten einen schönen nachmittag und ja zu unserer aller überraschung gab es zwei neue dream of scotland abfüllungen und was macht man nach so einem abend gerade wenn wie ich mich heute entschieden habe mit dem auto zu fahren dann möchte man abends vielleicht doch noch ein dram genießen nachdem den ganzen tag um einen herum alle whisky getrunken haben und so habe ich mich entschlossen euch jetzt die abfüllungen schon mal vorzustellen als erstes gibt es den prächtigen jungen mann hier was fürs auge für alle damen und den ein oder anderen herren ich serviere euch heute den dream of scotland cigarello malt first edition womanizer edition number two so also cigarello malt first edition aber womanizer edition 2 also es ist das zweite mal dass jetzt ein durchaus muskulöser prächtiger mann auf dem bild ist also der marco hatte mir viel geld gegeben damit ich mich beim zweiten mal auch blank mache aber spaß beiseite wieder ein pracht von einem mann ein bild von einem mann im vergleich zum cigar malt allerdings diesmal nur mit einem kleinen cigarello so viel zu spaß beiseite nein also wir haben tatsächlich es gab ja inzwischen acht cigar malts acht oder neun ich glaube acht und jetzt haben wir tatsächlich das erste mal ein cigarello malt first edition steht auch drauf a dream of scotland fast stärke cream sherry hawks hat matured 17 jahre alt aus welcher region der kommt steht leider nicht drauf wie sich jetzt ein cigarello malt von einem cigarello malt unterscheidet weiß ich nicht wie der cigarello malt schmeckt dann erzähle ich euch jetzt wie er mir schmeckt gut preislich muss ich gestehen habe ich gerade nicht ganz im kopf ich meine 110 für den 130 für den anderen ich bin mir gerade nicht sicher ich meine 110 also 109 euro 90 oder sowas aber nagelt mich bitte nicht drauf fest der jeremy hat sich die gekauft und hat sie mir direkt hier gelassen hat gesagt hier drehen wir ein video von daher preis habe ich gerade nicht ganz auswendig dabei cream sherry ist ja eine mischung aus oloroso und px wobei der größere anteil ich glaube oloroso 80 prozent px 20 prozent oder sowas bin mir aber nicht mehr sicher das heißt man hat sowohl was von diesen würzigen nussigen aromen vom oloroso als auch eine gewisse süße vom px und ja da legt er in der nase direkt gut los ich habe euch noch gar nicht gesagt wie viel alkohol er hat ne 52,3 prozent optisch muss ich sagen auch wenn ich nicht auf männer stehe finde ich schön dass zur abwechslung auch mal herren auf den flaschen drauf sind nicht nur frauen also gut es gab auch immer mal sachen die ohne personen waren wie jetzt zum beispiel zuletzt das schiff oder teilweise auch mit tieren oder sonst was aber ich finde es ganz schön dass inzwischen auch mal herren aufs logo kommen nicht aufs logo aufs etikett damit man weiß wie man aussehen sollte also die nase ist echt wunderschön eine mischung aus leder und tabak ganz subtile süße ein bisschen ein bisschen Pflaume Backpflaume aber eher ich überlege ob ich einen leichten rauch habe ich würde ja sagen ich mach mal den hauttest das war gerade ein bisschen wenig aber ja doch der hat rauch der hat ein bisschen rauch würde ich behaupten sehr schön leicht dezenter rauch finde ich super es untermalt den so ein bisschen nussigkeit habe ich auf jeden fall auch da überlege ich noch in welche richtung das geht intensive nase ohne drüber zu sein alkohol ist sehr gut eingebunden merkt man nichts von also auf jeden fall sehr sehr schön von der nase wuchtig was die aromen angeht trotzdem nicht aufdringlich ich habe das gefühl es wäre eher ein trockener sherry gefällt mir echt gut leichte süße schöne würzigkeit der hat was zum wohl ui würziger als ich gedacht habe ähm der wird schon auf der zunge würzig so ein bisschen prickelt die zunge zieht sich alles so ein bisschen zusammen dann schluckt man ihn runter kriegt eine ordentliche portion würze eine ordentliche portion pfeffer bevor dann die ganzen cherry aromen eintreten es war jetzt mein erster schluck whisky daher brauche ich einen moment um mich an den alkohol zu gewöhnen gerade bei über 50 prozent aber ich fand es nicht unangenehm ähm der mund war allerdings wesentlich wilder als es die nase vermuten ließ in der nase wirkt er viel gesetzter und ausbalancierter am gaumen ist er gerade ein bisschen zügelloser ein bisschen wilder am gaumen ist er am am ja wenn man sich ein bisschen an den alkohol gewöhnt hat dann wird das auf jeden fall besser nichtsdestotrotz die zunge hat zu tun die zunge hat zu arbeiten er prickelt ein bisschen auf der zunge ähm der wirkt wie drücke ich das jetzt am besten aus also der hat immer noch die tabakaromen hier wirken die tabakblätter aber so ein bisschen ähm ja abgestandener also wie wenn man so einen haufen tabakblätter hat frisch von der plantage und man nimmt die untersten die vielleicht mal nass geworden sind und ein bisschen angegammelt sind der hat was bisschen was gammliges mit dabei ohne das negativ zu meinen aber so ein bisschen was modriges modrig in kombination mit tabak ist irgendwie speziell muss man mögen ich finde es gerade spannend mir gefällt die nase glaube ich ein bisschen besser aber das ist auf jeden fall ein gem mit dem man sich schön hinsetzen kann und mit dem man etwas zu tun hat den auseinander zu pflücken jetzt kommt noch so eine leichte schokoladen note instant kaffee note die die sich im geschmack durch zieht also der kriegt jetzt auch im geschmack so eine leichte schokoladen note instant kakao instant kaffee wieder die backflaume vielleicht noch eine ganz leichte braunbeere mit dabei und eingelegte rosinen also ich wie beschreibe ich das ich bin irgendwie bei ja wie gesagt bei backflaume tabakblättern oder irgendwie so flaumen und feigen eingelegt in so weinbergblättern die man dann auf den grill legt oder sowas der ganz leichte rauch der unter malt das alles so ein bisschen der gibt ihm nochmal irgendwie so ein gewisses maß komplexität und steht ihm hervorragend also es ist eine wunderschöne rauchnote hat auch einen schönen abgang ich finde der abgang ist nicht ultra lang wie man das eigentlich so von ados gewöhnt ist er ist aber jetzt auch nicht irgendwie kurz oder mittellang aber er ist vergleichsweise kürzer als andere ados fazit zum dram spannender dram interessanter dram ähm schwierig einzuordnen ist natürlich bei so fast intensiven whiskies immer ein bisschen schwierig zu gucken wo kommen die eigentlich her ähm ich finde das cream sherry butt kommt echt schön raus man hat so von allem etwas mit dabei ich finde die nase einen ticken besser als den gaumen am gaumen habe ich so ein zwei punkte die mich ein bisschen stören gerade am antritt ähm nicht wegen des alkoholgehalts sondern weil ich da ein zwei noten habe die ich ein bisschen schwierig finde ähm das legt sich aber in bruchteil von sekunden und wandelt sich dann in einen echt schönen malt ähm der hat sich jetzt zum ende hin auch ein bisschen gewandelt es kam mehr so ein bisschen schokolade und kaffee mit durch zusätzlich zu der backpflaume und dann wenn man ihn vielleicht noch ein bisschen stehen lässt oder sich noch ein bisschen intensiver mit ihm befasst den dram ein bisschen größer macht und den über ein zwei stunden verteilt dann glaube ich wandelt der sich nochmal ein gutes stück in einen noch schöneren dram das ist natürlich jetzt ein ersteindruck ähm aber ich finde ihn durchaus gelungen durchaus lecker aber ich finde ihn durchaus gelungen durchaus lecker und ähm ja passt ne ist halt so ein schon fassintensiver Whisky passt sowohl zu A Dream of Scotland passt genauso gut zu den Cigamalls beziehungsweise jetzt Zigarellomalls von daher lecker wie fast immer so nun kommt ihr wie äh findet ihr den Whisky spricht euch der an könnt ihr mir erklären was jetzt ähm der unterschied am Whisky für einen Zigarren Whisky oder für einen Zigarrell Whisky ist ähm gibt es da also ich bin kein Raucher ich kenne mich nicht aus ich weiß natürlich dass eine Zigarre was anderes ist als ein Zigarello aber wofür brauche ich dafür andere Whiskys müssen Zigarren Whiskys was anderes können als Zigarello Whiskys wenn ihr das wisst klärt mich bitte auf ansonsten wenn ihr ihn probieren konntet egal ob auf dem Event oder jetzt nachträglich euch eine Flasche gekauft habt ein Sample beorganisiert habt etc lasst es mich gerne wissen schreibt es mir bitte in die Kommentare ansonsten Kanal gerne abonnieren Video liken und ganz wichtig beim nächsten Mal wieder einschalten ähm vielen Dank fürs Zusehen bis zum nächsten Mal Ciao